Kulalipava Asana Die Stellung von Kulalipava, eines der großen Yogameisters. Raffaela zeigt, wie es geht. Bringe die Fußsohlen zusammen und gib die Hände um die Füße, Knie nach Möglichkeit nach unten, richte dich auf, schließe die Augen und meditiere. Diese Stellung ist ähnlich wie Bhattrasana, also die gute Stellung, die Stellung des Schmetterlings. Kulalipava Asana ist benannt nach Kulalipava, einem der 84 Nath-Siddhas, also einer der vollkommenen weisen Siddhas der Natha-Tradition. Im Natha-Yoga, die Nath-Yogis haben Hatha-Yoga überliefert, es gibt da die Tradition der 84 Weisen und 84 der vielen tausend Asanas werden benannt nach den 84 Nath-Siddhas. Es heißt in der Hatha-Yoga-Pradibhika und in anderen Hatha-Yoga-Büchern, das Shiva 8.400.000 Asanas offenbart hat. Davon gelten 84 als besonders wichtig. In verschiedenen Hatha-Yoga-Traditionen werden unterschiedliche Asanas als die 84 Haupt-Asanas bezeichnet. Und in einer der vielen Traditionen werden diese 84 Haupt-Asanas benannt nach 84 Meistern, die jeder von denen dann für 100.000 andere Asanas stehen. Soweit also zur Kulalipava-Asana, die Stellung des Yogameisters Kulalipava. Alle Informationen zu allen Asanas, auch zu den 84 Haupt-Asanas auf wiki.yoga-vidya.de Das Songs von Kulalipava-A latin umdere.